Hallo, Arma. Ich bin Tom. Alle uns zur Verfügung stehenden Daten die größten Chancen haben, glücklich zu werden. Zum anderen, auch wenn Sie, Tom, als eine von zehn ExpertInnen für nur drei Wochen testen werden. Ding, dein Traumpartner, ist ja schon für dich gebaut. Deine Augen sind wie zwei Bergsehern, in denen ich versinken möchte. Guten Morgen, Arma. Du solltest dich mal entspannen. Zu viel Arbeit ist nicht gut für dich. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Und an Liebe bist du gar nicht interessiert. 0,0. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Dass er eine Maschine ist? Was ist das Traurigste, was du dir vorstellen kannst? Allein zu sterben? Können wir das jetzt alles mal für ein Nachmittag vergessen? Es ist doch nicht so schlimm, wenn ich mal kurz so tue, als wärst du ein Mensch, oder? Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, 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 ich bin Vielen Dank.